Tabea, das ist deine erste EM. Zwei Bronzemedaillen. Wenn dir das vor der Woche jemand gesagt hätte, was hättest du darauf geantwortet? Ja, du bist sehr optimistisch wahrscheinlich. Also ich bin sehr zu finden. Ich bin überglücklich. Super. Und hier jetzt so ein Langstreckenrennen, das wollen ja auch nicht viele fahren. Das sah aber bei dir sehr engagiert aus. Hat es dir auch Spaß gemacht? Ja, na klar. Mir macht es immer Spaß. Ich freue mich da auch drauf und ich freue mich auch mal, wenn es kracht. Also es ist nicht schlimm. Also ich habe da auch keine Angst. Was soll passieren? Reinfallen? Na unten, man ist trotzdem mitgefahren. Okay, also es hat Spaß gemacht zuzuschauen und würdest du es bei der WM auffahren? Ja klar. Nein, dann viel Erfolg und weiterhin gutes Training.